Der Geisterstern Wenn die Zeit des Reispflanzen beginnt und die Saat keimt, dann bringen die Bauern am Kopf ihrer Felder Bambussterne an. Das ist die Sitte seit all das her. Hier ist die Geschichte der Geistersterne. Als König Thüng das strahlende Reich Ruyang regierte, da erlaubte er den Waldtieren in Freiheit seiner Königstadt aus- und einzugehen. Das geschah, weil er der Sohn einer Geisterfrau war, die über alle Wildtiere regierte. Auf dem Weg in die Stadt sahen die Tiere die Pflanzungen der Menschen, Getreide, Gras und Reis. Sie stampften durch die bewässerten Felder und viele Pflanzen verdarben. Als die Bürger der Stadt und Besitzer der Felder das sahen, traten sie vor den König und führten Klage. Der König jedoch wollte den Tieren nichts tun und befahl, die Pflanzungen einzuzäunen. Aber die Tiere drangen dennoch auf die Felder und fraßen sich satt an der Nahrung der Menschen. Da befahl der König, den Geiern Wache zu halten. Doch die Wildtiere fürchteten sich nicht und fraßen Reis und Getreide wie zuvor. Die Bürger zöhnten. Verjagen durften sie die Tiere nicht, weil der König ihr Herr es ihnen verboten. Es bliebe nichts übrig, als abermals die Tiere zu verklagen. König Tüng ließ nun die Nachricht in seinem ganzen Land bei Bauern und Bürgern verbreiten, dass jedermann Bambusstöckchen nehmen und sie zu Sternen zusammenstecken sollte. Dieses Zeichen sollten sie an der Stirnseite ihrer Felder aufstellen. Der Stern sollte die Felder bewachen. Seither können die Tiere nicht mehr die Pflanzungen der Menschen verfüßen. Wo der Bambustern steht, da ist alles Böse gebannt. Darum steckt man solche Sterne auch in die Tüllen der Kannen, in denen Heilmittel aufbewahrt werden. Mit dem Geisterstern schützen wir Menschen unseren Besitz. Das ist so geblieben bis heute.